Hallo, mein Name ist Fatma Ari. Ich komme aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen. Die erste Bekanntschaft mit Dentapol war in der Werbung. Als ich das gesehen habe, wollte ich mal sehen, wie es ist. Und schon saß ich im Flugzeug und war im Dempelpol. Das erste Gespräch hatte ich mit Alpaslam Doktor, haben alles besprochen, was ich haben wollte und wie es laufen sollte und was für Zähne ich haben wollte. Danach wurde ich operiert, dass ich mit mir 114 Konzept ausgesucht habe. Das heißt, dass ich oben vier Implantate habe und unten vier Implantate habe und das hat reibungslos geklappt ohne Schmerzen. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen und war sehr zufrieden, wie Sie sehen, auch mit dem Ergebnis. Ein ästhetisches, sehr schönes Lächeln, weiße Zähne, was ich auch haben wollte. Mein Dank geht auch an Folia. Die Ärztin hatte ganz feine kleine Hände und schmerzfrei hat sie mir 18 Zähne gezogen und genäht und die Implantate gesetzt. Und zum Schluss hat meine Zähne, der Suhan Bey gemacht, eine sehr ruhige Hand und super erklärt und ist auch auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen. Ich empfehle das sehr, sehr weiter auch an die deutschen Kunden, die hierher kommen möchten. Sie brauchen sich auch keine Sorgen zu machen, dass sie die Sprache nicht beherrschen, Türkisch. Es gibt die, es gibt eine Dame, die heißt Siliane, die ist jedes Mal bei Ihnen, bei jeder Frage, Tag und Nacht können Sie sie anschreiben und die erfüllt Ihnen fast jeden Wunsch. Und sie kann perfekt Deutsch sprechen und da brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen. Ich würde es jedem empfehlen, zu Dentapol zu kommen. Sie werden auch so zufrieden nach Hause fahren, wie ich mit so einem schönen Lächeln.